Hallo und Willkommen zu Starbound Unbound, ein Projekt von NUTOKA. Ja, wir fangen erstmal an mit dem Charakter erstellen. Mir fehlen heute irgendwie schon wieder die Worte. Aber egal, machen wir erstmal weiter. Wir erstellen ihnen erstmal den Charakter. Ich werde mich für die Spezies... Mal gucken, was sind denn das hier? Floran, Novakid, Glitch, Joule. Ich denke mal, ich würde einfach ganz normalen Menschen nehmen. So. Skin Color. Nehmen wir mal ganz hell. Hairstyle. Was gibt's denn da so schönes? Nun, da ich ja selber keine Haare auf dem Kopf habe, hoffe ich mal, dass es hier auch einen Charakter mit Glatze gibt. Das schauen wir doch mal. Ja, das dürfte es wohl treffen. Schirt Farbe. Nehmen wir mal das hier schwarz. Gott, oh Gott, oh Gott. Pants. Oh, 60er mit Schlaghose. Ja, nehmen wir mal 60er Style. Ja, nehmen wir mal den hier. Andi Color. Kann ich mal gar nichts auswählen. Egal. Hair Color brauchen wir nicht. Wir haben ja eh eine Glatze. Shirt Color. Da nehmen wir mal. Was gibt's denn da so schönes an Farben? Ja, nehmen wir mal das helle und dann nehmen wir mal eine blaue Jeans. Genau, so. Dann hätten wir das schon mal. Und als Namen nehmen wir natürlich unseren Let's Player Namen. Wie soll das auch anders sein? Für die. Damit haben wir das. So. Damit bedanke ich mich schon mal, dass ich teilnehmen darf an dem Projekt. Die Beschreibung zu den Kanallinks der anderen Mitspieler sowie für natürlich Nutoker findet ihr unten in der Beschreibung. Ja. Damit war das erstmal das Video zum Charakter erstellen. Klicken wir mal auf OK. Da haben wir unseren Charakter. Ja, und wie es dann gemeinsam weitergeht, das werden wir später dann sehen. Viel Spaß noch. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.